Musik Wir sind heute im Residenzambiente. Es erwartet Sie heute ganz tolle Impulsvorträge. Wir haben die Firma Signia und die Firma Oticon für uns gewonnen, hier nach Pforzheim zu kommen. Und wir sind gespannt auf die Innovationen, die Sie mitbringen werden. Musik 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 Also die Firma Oticon und ich freue mich natürlich in Bezug auf die Entwicklung von neuen Hörsystemen. Vor allem Grundlage Hirnforschung. Ich würde ganz gerne in diesem Kurzvortrag beleuchten, aber das Hören, die Wichtigkeit des Hörens, Auswirkungen von Hörminderungen und daraufhin basierend neu entwickelte Hörsysteme. Ja, bei uns geht es heute, bei uns von der Firma Signia geht es heute um das Thema vom Stigma zum Statement. Also wie können wir mit heutigen Technologien, die wir heute entwickeln für ihre Kunden, wie können wir diese Bilder aufbrechen, die die Leute im Kopf haben und wirklich zu zeigen, ein Hörsystem ist mehr als das, was man früher kannte und welche Techniken haben wir heute zur Verfügung, um die Leute wirklich auch dahin zu begeistern, ein Hörsystem zu tragen und auch mit einem gewissen Stolz dann auch zu zeigen. Warum sollte man solche Vorträge öfters machen? Ja, die Problematik, die leider immer noch bei vielen, vielen Menschen in der breiten Masse da ist, ist, dass viele Sorgen und Ängste auch und auch ganz einfach Unwissenheit auch mit reingehen. Was macht so ein Hörsystem? Wie sieht so ein Hörsystem aus? Was bedeutet das für mich, wenn ich so ein Hörsystem trage? Und was wir mit solchen Vorträgen einfach erreichen, ist, dass wir da Ängste nehmen, die Leute einfach zeigen, was moderne Hörsysteme dann auch können, dass man damit wirklich zu diesem Thema Stigma, was man mit dem Hörgerät ja auch verbindet, wirklich zu einer Art Statement vielleicht auch gehen kann, dass die Leute das ja mit einer gewissen Sicherheit überhaupt an die Sache erstmal rangehen können und im zweiten Schritt dann auch, wenn sie ein Hörsystem haben, noch mit einem gewissen Stolz das auch zeigen können und vor allem dann auch, ja, in ihren Familienkreisen und Freundeskreisen dann auch selbstbewusst zeigen können. Das ist die Wichtigkeit von solchen Vorträgen und auch von den Sachen, die der Herr Böhm dann ja auch mitgibt den Menschen. Also ich bin der Meinung, dass in Bezug auf meine Erfahrungswerte Schwerhörigkeiten ein Bereich ist, der öffentlich diskutiert, demonstriert werden muss, um die Menschen zu öffnen, um den Menschen auch dieses Stigma Schwerhörigkeit abzubauen, durch das bessere Hören leicht zu verstehen, die Umwelt natürlicher wahrzunehmen und ganz besonders in dem Bereich des Dienstorganes ist ein besonders wichtiger Aspekt, eben auch in Öffentlichkeitsarbeiten, Aufklärung zu betreiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.